Moin zusammen und weiter geht's mit D-Rising Im Westen hier hat mir ganz gut gefallen, die Frau ist ja auch schon unterwegs Ja ich würde mal sagen wir erkunden mal hier so ein bisschen Brighthaven im Westen So Tierhaut und Knochen, das kommt nochmal eben weg Knochen genau, Mühle 6 Blutesetzen Egal, die nehmen wir mit, ich finde ohnehin gleich noch ordentlich was Äh, dort hin Der Mond geht auch hier, sehr schön Im Prinzip nur geradeaus runter, rechts, links Woah, shit Und das Pferd ist tot Barbar 51, den hätte ich gerne Irgendeine andere ist weg Äh, so Da geht man gegen Äh, man dass das werden immer mehr dass mich durch schweinebande so na ich helfe ihm mal schießungs kommando hier im haus wahrscheinlich ein bisschen heilen und weiter geht's im 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 die 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 Ja, ich würde mal sagen, Bright Haven Vororte überfallen. Alter. Oh, ich habe das Reh erschossen, das wollte ich gar nicht. Ja. 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 Ja, Sägeholz, Stein und Pflanzenfasern, da schleppe ich mal nicht mit. Oh Mist, da kommen schon wieder welche. Drei, zwei, eins. Haha, sehr schön. Ja, warum eigentlich nicht, ich kann auch hier runter. Ähm, Schwefelwärts noch mit hinschmeißen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ich gehe mir einmal ins armelager hier ist keiner besser hier 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 heim vor heute ist super Sonst war ja auch nix Wollange jetzt? Hier runter und links halten. Einfach mal überfallen. Whitehaven for order. Geistpilzsporen. Ein paar Silbermünzen. Geistpilzsporen. Schöne kleine Kombo. Whitehaven for order. Da würde ich erstmal noch bleiben. Wah, ist vorne. Geistpilzsporen. Armeelager. Oh, sind voll? Glaub ich ja wohl nicht. Alles mit Edelstein, Edelstein, Staub. Goldkettchen. Ja, Herzen hat sie noch dabei, das weiß ich. Geistpilzsporen. Oh, oh. Goldkettchen. Goldkettchen. Oh! Diamond. sehr gut das kann weg Oh Baumwolle Schnell raus Schnell Oh, oh. Und raus hier aus dem Knucki. Hab ich denn das? So weit haben wir hier alles, ne? Können wir eigentlich mal ein bisschen was austauschen. Warte noch. So, und weiter. Brighthaven. Armenviertel. Die ist gerade nicht ungünstig hier mit Schatten. Oh, das kannst du nicht mitnehmen. Rauer Farben, okay. Inventar voll. Leidstein. Leidstein. Ach, Mist. Ich bin ins Haus geglitscht. Oh, nee, doch nicht. Wandelstür. Okay, ich bin voll. Wow, wer ist er denn? Paladin. Geht. Oh, oh. Das war's. Oh shit, da kommt noch einer. Den ersten müssen wir killen. Können wir den zweiten vielleicht gleich bezürzen oder so? Oh shit, oh shit. Ich hoffe mal nicht, dass sie hier reinkommen. Das war knapp. Oh hier, Shopleaner. So, einmal aufschlagen. Aufschlagen, aufschlagen. Hey, der gewinnt uns. Sehr schick. Okay, ich würde sagen, dann würde ich mich jetzt auch irgendwie mal Richtung Teleport auf den Heimweg machen. Oh scheiße. Das war Pflanzenfaser. Oh shit. Ich muss weg. Okay. 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 Wie kommen wir jetzt hier hinweg? Ja, ich würde sagen, ich mache hier auch einen kleinen Break und dann bringen wir hier nur noch den Paladin nach Hause. Viel Spaß bei denen. Bis gleich und ciao.